Das Wort für heute Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist von Jesaja, Kapitel 55, Vers 8 und 9. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sagt der Herr, und meine Wege sind nicht eure Wege, denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher stehen meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über euren Gedanken. Gott segne dieses Wort. Gott ist unsere Hoffnung. Was haben wir eigentlich gerade eben gelesen? Wir haben gelesen, dass Gott uns einlädt, zu ihm zu kommen, in Hoffnung und Vertrauen auch, denn wir lernen, dass wir es hier mit einem persönlichen Gott zu tun haben, der Gedanken hat. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und das ist bemerkenswert, denn oftmals denken wir gar nicht an Gott, dass er Gedanken hat oder an uns denkt. Und doch, das ist genau, was er tut. Und er denkt nicht nur an uns, aber er zeigt uns hier, wie wir diesen Versen aus dem Alten Testament in Jesaja, Propheten des Propheten Jesaja lesen, dass er erhaben ist, also einen viel besseren Überblick hat, über was los ist in uns, er hat einen besseren Überblick, was nun die Welt anbelangt und hat alles souverän im Griff. Und seine Wege sind einfach anders, sie sind nicht nur anders, sondern sie sind einfach höher. Und das lädt uns ein, zu Gott zu kommen, zu unserem Herrn Jesus Christus, als er hier Gottes Mensch geworden, in den Evangelien auch später, und ihm zu vertrauen. Also es macht nur Sinn, zu ihm zu kommen, als reuiger Sünder und in ihm Vergebung zu erfahren und in ihm, dass er uns den rechten Weg weist, denn seine Gedanken sind tatsächlich höher und auch besser als unsere. Und wir danken dem Herrn, dass er uns diese Wahrheit mitteilt. Lieber Jesus, wir danken dir für diese kurzen Vers hier vom Propheten Jesaja aus dem Alten Testament und deine Einladung für uns, denn du bist unsere Hoffnung, Gott ist unsere Hoffnung und du bist unsere Hoffnung, Herr Jesus. Und wir tun gut daran, darüber nachzudenken, was das eigentlich bedeutet für uns und frei in unserem freien Willen zu dir zu kommen und uns zu helfen in Schwierigkeiten, in der Not, aber auch, wenn es gut läuft, zu allen Zeiten also zu dir zu kommen. Wir danken dir, Herr Jesus und beten dies in deinem geheiligten Namen. In Christus' Namen beten wir Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen. Amen.